Hallo und herzlich willkommen in meiner Bücherstube. Heute erzähle ich mal wieder etwas zu unserem neuesten Podcast Nummer 23. In diesem Podcast erzähle ich so ein paar Anekdoten zu Musikern und Komponisten. Naja, der eine oder die andere mag sich jetzt vielleicht fragen, was um alles in der Welt ist eine Anekdote. Naja, eine Anekdote ist so eine Art Fabel, Schwank oder auch Kurzgeschichte und sie berichtet eben zu einer Persönlichkeit. Sie berichtet charakteristisches oder auch witziges, knapp, pointiert. Ja, und es muss nicht immer unbedingt die Wahrheit sein, aber es ist so ein bisschen angelehnt an der Wahrheit. So würde ich es auf jeden Fall verstehen. Und damit ihr, sie, mal so einen kleinen Einblick haben können dazu, eine kleine Geschichte jetzt von Josef Haydn. Also, ich lege los. Josef Haydn war Kapellmeister im Dienst des Hauses Esterhazy, als Fürst Nikolai das Schloss Esterhazy erbauen ließ. Und in den folgenden Jahren übersiedelte der komplette Hof des Fürsten für jeweils sechs Monate des Jahres von der fürstlichen Residenz in Eisenstadt nach Esterhazy. Und die jungen Musiker des fürstlichen Kapellorchesters, die folgten natürlich ihrem Fürsten und ihrem Kapellmeister. Das heißt, sie lebten sechs Monate in Esterhazy ohne ihre Familie und sechs Monate in Eisenstadt mit ihren Familien. Denn die Familien konnten nicht mit nach Esterhazy, weil das Schloss doch zu klein für alle gewesen wäre. Als der Fürst Nikolai seine üblichen Aufenthaltszeiten einmal um zwei Monate verlängern wollte, ja da forderten die Musiker von ihrem Kapellmeister, also von Josef Haydn, er möge den Fürsten doch bitte um Sonderurlaub bitten. Sie könnten es gar nicht aushalten, solange auf ihre Frauen, Kinder, auf die Familien zu verzichten. Ja, und um diesen Wunsch diskret zum Ausdruck zu bringen, komponierte der geniale Haydn eine Sinfonie, in der während des Verlaufs der Sinfonie ein Musiker nach dem anderen zu spielen aufhört, sein Instrument einpackt und das Podium verlässt. Und Fürst Esterhazy verstand diese Anspielung und gestattete seinen Musikern zu ihren Familien heimzukehren. Und seit dieser Zeit wird diese Sinfonie immer wieder aufgeführt und sie hat den schönen Beinamen Abschiedssinfonie. Also, hört rein in den Podcast, da gibt es noch weitere tolle Anekdoten über Beethoven, Brahms, Liszt, Paganini und Mozart und noch ein paar andere. Also, à bientôt, eure, ihre Claudia. Ciao!